Heute Nacht ist es schon wieder passiert. Topaz Labs haut einfach mal die besten Angebote des Jahres raus. Es ist Black Friday oder auch die Woche davor und Sie können richtig sparen. Allerdings ist es nicht so leicht, da durchzublicken, denn es gibt neue, frische Angebote. Und welche das sind, das zeige ich Ihnen jetzt. Hallo, ich bin Thomas Wagner von der Filmpraxis. Da stehe ich einfach mal früh morgens auf und bin vollkommen überrascht von diesem Angebot. Und da es wirklich nicht so einfach ist zu verstehen, werde ich Ihnen das jetzt mal Schritt für Schritt erklären. Als Erinnerung, wie Sie wahrscheinlich wissen, wir sind selbst Fachhändler für den Videoschnitt, aber wir sind auch Endkunde von Topaz Labs Produkten. Das heißt, wir müssen Sie ganz normal einkaufen, wie Sie auch. Und genau das werde ich jetzt machen. Gehen Sie einfach auf die Webseite von Topaz Labs. Den Link dazu finden Sie unterhalb des Videos. Und dann kommen Sie hier auf diese Seite. Und hier oben begrüßt Sie schon das neue Angebot, der Black Friday Sale. Und dann klicken Sie einfach mal hier auf den grünen Knopf. Damit gelangen Sie auf die Angebotswebseite. Hier sehen Sie auch noch, wie lange das Angebot läuft. Und Sie sehen auch, dass ich gerade eingeloggt bin. Wenn Sie nicht eingeloggt sind, dann klicken Sie einfach hier auf dieses Symbol. Das werde ich auch gleich machen. Ich bleibe jetzt aber erstmal auf dieser Webseite, denn da ich eingeloggt bin, bekomme ich gleich meine persönlichen Angebote hier angezeigt. Und hier kann ich erkennen, dass ich aktuell Topaz Photo AI in der Version 3 und auch Topaz Video AI in der Version 5 nutze. Ich sehe auch, dass ich hier eine automatische Verlängerung aktiviert habe. Und bei Photo AI habe ich noch eine Lizenz, die bis zum 3.12.2024 läuft. Wir haben jetzt November. Das heißt, das macht Sinn, abzudaten. Und ich entdecke hier unten noch etwas, was neu ist oder relativ neu, denn ich habe die Möglichkeit, sogenannte Cloud Credits dazu zu buchen. Und ich bekomme hier 200 Cloud Credits geschenkt, wenn ich hier dieses Angebot für Gigapixel wahrnehme. Gigapixel, das ist ein Werkzeug, das ich selbst nicht mehr gekauft habe. Sie sehen hier auch, das ist bei mir ausgelaufen 2022. Ich könnte jetzt überlegen, das Angebot wahrzunehmen und wirklich mit einer sehr guten Ersparnis das hier zu kaufen. Allerdings nutze ich auch Photoshop und eben auch Topaz Photo AI. Wenn es Ihnen hauptsächlich darum geht, Fotos zu vergrößern, dann sollten Sie über Gigapixel mal nachdenken. Und es gibt noch eine spannende Funktion, die dieses Gigapixel kann. Das zeige ich Ihnen gleich. Ich bleibe jetzt erstmal kurz bei der Erklärung der Angebote. Also, mir wird hier angeboten, dass ich ein Gigapixel-Upgrade machen kann von meiner alten Version für nur 42 Euro anstelle von 79 Euro. Kleine Anmerkung, es sind natürlich keine Euros. Das sind US-Dollar. Ich bin einfach gewohnt, Euro zu sagen. Also, ich könnte jetzt hier direkt zugreifen und das Ganze kaufen. Ich gehe jetzt aber mal auf der Webseite etwas weiter runter. Und hier werden mir jetzt noch weitere Angebote angezeigt. Denn ich kann jetzt hier auch mein Topaz Photo AI verlängern, das ja wie gesagt am 3.12. auslaufen würde. Und ich muss hierfür nicht 119 US-Dollar bezahlen, sondern nur 84 US-Dollar. Das ist schon ein gutes Angebot. Und ich werde es auch wahrnehmen. Wir machen das gleich zusammen. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, noch hier weitere Cloud Credits hinzuzubuchen. Die haben alle einen bestimmten Wert. Sie sehen hier auch, die Cloud Credits sind neu. Ich kann hier auf Learn More klicken, dann bekomme ich weitere Informationen. Aber ich erkläre es Ihnen kurz. Was sind die Cloud Credits? Wenn Sie mit Topaz Produkten bereits arbeiten, dann wissen Sie wahrscheinlich, das kann ganz schön rechenintensiv werden. Das heißt, die Berechnungen können eine ganz schöne Zeit in Anspruch nehmen. Pauschal lässt sich sagen, umso besser Ihre Grafikkarte ist, umso schneller werden Sie ein Ergebnis haben. So, jetzt hat nicht jeder von uns eine tolle Grafikkarte oder einen schnellen Rechner. Und dafür gibt es jetzt eben neu diesen Cloud Service. Das heißt, die Berechnung wird ausgelagert auf andere Computer. Und diese Berechnung kostet eben Geld. Und dafür kann man Credits, also Punkte, kaufen. Ich habe irgendwo gelesen, ach ja, hier steht es. Man kann davon ausgehen, dass wenn man ein Bild berechnen lässt, zum Beispiel hier drei bis zwölf Credits bezahlen muss, da können Sie das Ganze schon mal einschätzen, wie weit Sie kommen mit der Anzahl der Credits, die Sie hier kaufen können. Wie gesagt, wenn ich hier Gigapixel kaufen würde, würde ich schon 200 Credits geschenkt bekommen. Damit könnte ich also schon einiges machen. Und natürlich, ich muss das nicht nutzen. Denn ich habe eine ganz gute Grafikkarte in meinem Rechner, also ich kann einfach auch lokal auf meinem Computer arbeiten. Diese Credits können Sie natürlich auch später immer noch dazu kaufen. Allerdings sind diese hier gerade im Angebot. Okay, was möchte ich jetzt machen für mich persönlich? Ich möchte auf Gigapixel verzichten. Ich möchte aber Photo AI verlängern. Video AI brauche ich nicht zu kaufen, denn das habe ich erst vor einigen Wochen abgedatet. Wenn Sie eingeloggt sind, werden Sie entsprechend Ihren gekauften Produkten hier ein anderes Angebot sehen. Ich zeige Ihnen jetzt auch noch mal, wo Sie Ihre Lizenzen überprüfen können. Dazu klicken Sie einfach hier oben auf dieses Symbol. Dann kommen Sie hier auf diese Übersichtsseite. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, dann können Sie sich jetzt hier mit Ihren Daten einloggen. Wenn ich jetzt hier auf My Products gehe, dann bekomme ich hier alle Produkte angezeigt, die ich in der Vergangenheit gekauft habe. und ich sehe auch, wie lange diese noch laufen. Und hier taucht auch wieder Topes Photo AI auf. Das läuft also jetzt noch bis zum 3. Dezember und das möchte ich upgraden. Ich zeige Ihnen gerade mal was zu Gigapixel, was für Sie vielleicht wirklich interessant ist. Dazu gehe ich hier oben auf Products und dann auf Gigapixel AI. Dann kommen Sie auf die Webseite, wo das Ganze näher erklärt wird. Und jetzt sehen Sie auch schon, für was dieses Gigapixel eigentlich gedacht ist, nämlich um Fotos zu vergrößern, um diese schärfer zu machen und so weiter. Aber es gibt noch eine Funktion, die wirklich spannend ist. Ich gehe hier mal ein bisschen runter. Das ist das, was ich meine. Es gibt nämlich hier ein sogenanntes Redefine Model. Was kann ich damit machen? Ich kann damit generativ zusätzliche Informationen in das Foto oder in die Grafik, in die Zeichnung hineinbringen. Hier wurde zum Beispiel über einen Text-Prompt angegeben, dass das Bild sich in eine Winterlandschaft verwandeln soll. Und das ist wirklich spannend und das ist eine Funktion, die es bisher nur in Gigapixel gibt. Also das könnte für Sie hilfreich sein, über den Kauf von Gigapixel nachzudenken. Sie können natürlich auch alle Programme erst mal testen, bevor Sie kaufen. Aber wie gesagt, es ist Black Friday Woche. Jetzt sind Sie im Angebot. Jetzt sollten Sie auch kaufen. Also Gigapixel brauche ich nicht. Das hier kann ich gerade nicht anklicken. Aber wenn ich hier runtergehe, dann kann ich Foto.ai hier verlängern für weitere zwölf Monate und ich spare 35 US-Dollar. Das mache ich jetzt. Dazu klicke ich hier auf Buy und damit gelange ich wieder auf meine persönliche Übersicht. Und hier liegt das Produkt auch schon im Warenkorb. Und jetzt sind Sie vielleicht überrascht, dass hier 0 US-Dollar steht. Der Hintergrund ist, meine aktuelle Lizenz, die läuft ja noch bis zum 3. oder 4. Dezember. Ja, bis zum 3. Dezember. Hier unten drunter steht, was es kostet. Das ist 84 US-Dollar. Das heißt, die Lizenz läuft erstmal weiter bis 3. Dezember. Dann werden mir 84 US-Dollar belastet und ich kann wieder Topaz Photo.ai mit den neuesten Funktionen nutzen. Da ich eingeloggt bin, sind meine Daten hier schon eingetragen. Ich entscheide mich hier für die Kreditkarte, die ich bereits benutzt habe und klicke auf Subscribe. Wenn Sie neu kaufen, dann können Sie auch in der Regel PayPal benutzen. Das war es auch schon. Ich habe jetzt eine E-Mail gesendet bekommen mit allen Kaufinformationen. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen nach unten scrolle, dann bekomme ich hier die Related Subscriptions angezeigt. Was ist damit gemeint? Das sind die automatischen Verlängerungen für mein Produkt. Und hier steht, dass das Ganze aktiv ist. Also der Status ist aktiv. Das heißt, am 2. Dezember werden mir 84 US-Dollar belastet und dann habe ich wieder die 12 Monate vollen Zugriff. Aber ich muss ein bisschen aufpassen, denn das Gleiche würde im nächsten Jahr wieder passieren. Denn es ist so eine Art Abo-Modell. Der Vorteil ist, wenn Sie das eingehen, dass Sie sich keine Gedanken machen müssen. Sie werden immer die aktuellste Version nutzen können. Der Nachteil ist, dass Sie natürlich dann nach 12 Monaten wieder eine Belastung über Ihre Kreditkarte haben. Der andere Vorteil ist, dass Sie in der Regel einen günstigeren Preis bekommen, wenn Sie diese Subscription eingehen. Wenn Sie das nicht möchten, dann können Sie das auch ganz einfach ausschalten. Ich klicke hier mal auf View und müsste hier nur auf Cancel klicken, dann würde ich zwar diese 84 US-Dollar belastet bekommen und habe 12 Monate alle aktuellen Updates, aber dann im nächsten Jahr 2025, im November beziehungsweise im Dezember würde dann keine automatische Verlängerung stattfinden. Ja, das können Sie selbst entscheiden. Ich lasse es hier aktiv, denn ich möchte diese tolle Software weiterhin nutzen, auch in den nächsten Jahren, denn meine Fotos, meine Zeichnungen, meine Bilder werden damit wirklich deutlich besser. Wir haben hier bei uns im YouTube-Kanal einige Videos dazu. Ich verlinke Ihnen mal hier oben eins. Schauen Sie da mal rein, da können Sie eine ganze Menge von lernen und natürlich sollten Sie unseren Kanal auch abonnieren, damit Sie keine Videos mehr verpassen. Wenn Sie noch kein Topos-Produkt gekauft haben, dann zeige ich Ihnen jetzt mal, wie das Ganze aussieht, wenn Sie noch kein Kundenkonto haben. Dann bekommen Sie jetzt hier einen Paketpreis angezeigt. Normalerweise würden Sie für alle drei Produkte 647 US-Dollar bezahlen. Im Moment zahlen Sie nur 299 US-Dollar. Das ist schon allein der Preis für Topos Video AI, das heißt, Sie sparen eine ganze Menge. Sie kriegen noch hier Cloud-Credits dazu. Und auch hier gilt, wenn Sie weiter runtergehen, können Sie auch die einzelnen Produkte erwerben. Schauen Sie sich das Ganze an. Das Ganze läuft hier nur wenige Tage. Ich empfehle Ihnen, jetzt das Ganze zu testen und auch zu kaufen. Den Link dazu finden Sie unterhalb des Videos. Und wenn Sie Fragen haben, dann sprechen Sie mich gerne an. Und jetzt freue ich mich auf einen Daumen hoch. bis jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020